Hallo und herzlich willkommen zum Sonntag den 4. Dezember. Heute öffnen wir ein spezielles Türchen. Doch vorher werden wir uns mal angucken, wo das letzte Türchen in welchem Video versteckt war. Und zwar werdet ihr hier jetzt einen Screenshot sehen. Dort habe ich den Kiefer versteckt. Und falls ihr ihn gefunden habt, dann ärztlichen Glückwunsch. Falls ihn noch keiner gefunden hat, kann ja sein, dass ich ihn übelst pro versteckt habe. Dann versucht ihn doch mal einzulösen. Mal gucken, vielleicht kommt was bei da raus. So, wir wollen ja nicht lange abschweifen. Heute ist Sonntag. Heute ist ein besonderer Tag. Heute ist der zweite Advent. Heute gibt es ein besonderes Spiel, das ich für euch quasi vorbereitet habe Und zwar geht es heute um Worms Reloaded So, jetzt denkt ihr euch Worms Reloaded? Ja, hm, guter Indie-Titel Aber ist daran so besonders? Du meintest, es gibt heute was Besonderes? Ja Und zwar, ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr dieses Spiel gewinnt Eine Runde oder ein ganzes Match, nicht keine Runde, sondern ein ganzes Match Gegen mich in einer Aufnahme anzutreten, um zu beweisen, dass ihr besser in Worms seid Gibt keinen, der besser ist in Worms als ich Aber ihr könnt es gerne versuchen, traut euch, traut euch So, ihr wisst, um welches Spiel es geht, hier kommt der Kalender Wir haben den 4. Dezember, deswegen öffnen wir heute Türchen Nummer 4 Heute wird es ein bisschen anders ablaufen Und zwar seht ihr hier jetzt quasi ein Code Dieser Code wird im Video vorhanden sein Mit einem Gleichheitszeichen und einem neuen Code Dieser neue Code, den werdet ihr mir in die Kommentare schreiben Oder auch auf Steam schreiben, denn ihr müsst mich für dieses Spiel auf Steam enden Immerhin wollt ihr auch gegen mich spielen Und dann werde ich euch das Spiel schicken Und sobald ihr ein bisschen trainiert habt, nun, dann könnt ihr gerne gegen mich antreten Natürlich in einem Match, wir können gerne vorher ein paar Proberunden spielen Damit ihr eventuell ein gewisses Etwas dafür empfindet, wie gut ich bin Und dann werden wir die Aufnahme starten Und dann werden wir mal gucken, wer der bessere Spieler ist Gut, das soll es schon für heute gewesen sein Ich wünsche euch viel Glück beim Suchen Nächste Woche erwartet euch ein neues Spiel, was ich ausgesucht habe In der Woche natürlich wieder die Random Game Keys Und natürlich heute noch ein Random Zitat aus dem Bro Codex Ein Bro muss einen anderen Bro auf eine großbusige Frau aufmerksam machen Auch wenn er den Bro überhaupt gar nicht kennt Solche Hinweise dürfen nicht verbal erfolgen Und zwar solltet ihr ihm auf die Füße treten Dann einmal kurz so gucken So gucken Und dann zur Frau gucken Merkt euch das für die nächste Party Könnte ganz wichtig sein Wir sehen uns morgen wieder zum nächsten Kalender Haut rein, euer Zero Tschüss